Ja hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich seit längerem mal wieder die Tencent Aktie für euch dabei. Wir schauen uns mal an, was sie hier im neuen Jahr macht, wie es ja auch charttechnisch aussieht, gehen so ein bisschen auf die Jahresprognosen ein, also holen uns mal so ein bisschen die Glaskugel für die Zukunft und dann schauen wir uns auch die aktuellsten News an und da habe ich wirklich positive News für euch dabei. Also seid gespannt, bleibt auf jeden Fall mega, mega spannend und bevor wir jetzt aber anfangen, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr gerne ein kostenloses Abo da lasst und auch gerne die Glocke aktivieren, um hier kein weiteres Video mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen, wenn ihr hier mit dabei seid. Ja und dann starten wir jetzt mal so mit dem aktuellsten Newsflow hier rund um Tencent. Ja und Tencent und Nintendo erhalten jetzt hier tatsächlich die Zulassung für Pokémon Unit in China. Da wurde es eben genehmigt und im Dezember wurden allgemein 45 neue Online-Games aus dem Ausland genehmigt. Und was hat hier das Ganze auf sich? Tencent und Pokémon haben hier im Jahr 2019 einen Vertrag unterzeichnet, um eben jetzt zukünftig neue Online-Videospiele zu entwickeln und auch zu vermarkten. Unter anderem eben Pokémon und ich glaube jeder von uns auch aus der Kindheit kennt Pokémon. Das ist das Nonplusultra gewesen, finde ich, in der Kindheit und wie gesagt, hier soll jetzt eben was Neues rauskommen. Jetzt gibt es eben Neuigkeiten zu berichten. Die chinesische Aufsichtsbehörde hat eben hier vergangene Mittwoche insgesamt 45 ausländische Videospiele zur Veröffentlichung im Land zugelassen und damit die strengen Auflagen gelockert, die sie hatten. Und das ist ein riesen, riesen, riesen positives Zeichen. Vorher waren ja viele strenge Regulierungsbehörden, gerade was hier Alibaba, Tencent und Co. anging. Und das wird jetzt gerade gelockert. Und die Lockerung ist, wie gesagt, ein gutes Zeichen, weil es waren so 18 Monate ungefähr, die durch Verbote und Restriktionen hier stark belastet wurden. Die haben so im August 2021 begonnen, also genau während der Pandemiezeit. Und die nationale Presse bzw. die Veröffentlichungsbehörden haben jetzt eben diese 45 importierten Spiele hier genehmigt. Darunter eben auch Pokémon Unit, was man zusammen ja mit Nintendo hier vermarktet. Ja, und einer weiteren veröffentlichten Liste zufolge hat hier die chinesische Regulierungsbehörde im Dezember dieses Jahr zudem 84 weitere inländische Spiele genehmigt. Also auch da geht es vorwärts und die Zulassung hier der importierten Spiele markiert eben das vorläufige Ende vom harten Durchgreifen gegen die gesamte Videospielindustrie so ein bisschen. Und auch das Zulassungsverfahren wurde zuvor eben von Behörden ausgesetzt. Und die Aufsichtsbehörden haben aber bereits im April 2022, also letztes Jahr, die Vergabe von Lizenzen für einheimische Spiele wieder aufgenommen. Allerdings eben die Zulassung ausländischer Spiele verzögert. Jetzt kommt das Ganze, wie gesagt, ist wirklich ein richtig, richtig positive News. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr Tencent in eurem Depot habt, beziehungsweise was ihr zu den aktuellsten News sagt. Und da springen wir jetzt auch mal direkt rein in die aktuelle Aktie. Und auch da sehen wir den richtig starken Aufwärtstrend seit November. Hier ging es durch die 50-Tage-Linie nach oben und auch jetzt schon über die 200-Tage-Linie. Der Jahresauftakt ist geglückt, kann man sagen. Wir haben jetzt hier wieder einen positiven Tag heute mit plus 2,32%. Stehen bei 41,31 Euro und können uns wirklich ganz, ganz wichtige Marken wieder zurückerobern. Das aktuelle Jahrestief lag ja bei 25,60 Euro. Da konnte sich die Aktie wieder richtig davon lösen. Das sollte auch die starke Unterstützungszone bieten. Aktuell, wenn das Ganze jetzt hier nachhaltig bleibt, ist erstmal die 200- und die 50-Tage-Linie als nächstgelegene Unterstützung geboten. Nach oben hin hätten wir hier einen Widerstand bei 55,80 Euro. Das markiert das aktuelle Jahreshoch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Werde für euch aber Tencent wieder weiter verfolgen. Und da schauen wir uns jetzt auch mal die Ergebnisentwicklung in den Jahreszahlen an, also die Prognosen für die kommenden Jahre. Und die sollen wirklich sehr stark ausschauen. Der Umsatz zum vergangenen Jahr soll ähnlich auslaufen wie 2021. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass 2020 und 2021 ja auch die Pandemiejahre waren, wo allgemein viel gespielt wurde, viel PC online und so gemacht wurde. Und da Tencent natürlich überproportional auch an sich trotzdem profitiert hat, trotz der Regulierungsgeschichten. Wir sehen es ja auch an den Nettomargen und an den Umsatzrenditen. Die sind richtig sprunghaft nach oben gegangen. Das heißt, diese zwei Jahre sind Ausnahmejahre. Deswegen ist jetzt hier auch die Umsatzrendite und die Nettomarge deutlich geringer angepeilt, soll sich aber sehr beständig und mit leicht steigend die kommenden Jahre weitergehen. Die Umsätze sollen weiter nach oben springen, bis auf 690 Milliarden Hongkong-Dollar. Und die Umsatzrendite soll sich dann so um die 28% einpendeln. Auch die Nettomargen bleiben so um die 20%. Auch 2021 war hier ein Ausnahmejahr mit 40% Nettomarge. Also das Unternehmen verdient auf jeden Fall sehr, sehr gutes Geld. Und auch der Gewinn pro Aktie, der soll zwar erstmal runtergehen von 2021 auf 2022. Wie gesagt, man darf aber nicht vergessen, dass das ein Ausnahmejahr war. Und trotzdem ist die Dividende hier auf jeden Fall ganz klar gesichert durch den Gewinn. Also hier ist ein ganz, ganz geringes Ausschüttungsverhältnis. Und wir sehen auch, dass bis 2024 die Dividende schön stetig ansteigen soll. Das sind mal so die aktuellen Ergebnisse und die News für euch hier zu Tencent. Ja, und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviert noch die Glocke, um hier kein Video mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Und das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!